Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ja, mit der Drohne geht es immer weiter. Wir haben ja die Mavic 2 Enterprise Dual, weil Dual ist halt eine Wärmekamera mit dran. Und es ist halt diese Enterprise, wie das Raumschiff, ist halt auch eine Variante für Industrie oder für Feuerwehr, für Rettungsdienst, für die richtig coolen Leute quasi unter uns. Also das heißt, das ist auch eine, die man jetzt nicht normal in den Laden bekommt, weil die Fragen schon mal kamen, das ist jetzt was, wo man beim Fachhändler wirklich hingehen muss, die diese Art Drohnen halt nutzen. So, in diesem Fall ist ja die Firma Globeflight und ich werde euch jetzt mal zeigen, wenn wir ein Bauteil anbauen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die was zu adaptieren. Und das zeige ich euch mal ganz kurz. Jetzt zeige ich mal kurz ein Köfferchen. Und ich nehme jetzt mal nur, weil es auch so hell ist, die Beleuchtungssachen, das Blitzlicht und diesen Suchscheinwerfer machen wir jetzt nicht drauf. Wir machen jetzt mal kurz den Lautsprecher rauf. Wir machen da gleich mal einen kleinen Test. Dazu nehme ich erst mal diese Schutzkappe ab. Riech das kurz mal hier alles ab. Schön ist auch mal das abgelegen, das Handy liegt nicht auf. Das ist auch eine Kleinigkeit. Das ist echt schon durchdacht. Der USB-Stecker kommt jetzt hier rein. So. Ich empfehle sowas immer mit Drohne ausgeschaltet zu machen. Nicht, weil ich Ihnen nicht vertraue, sondern weil man es einfach so macht, wenn man irgendwo rumfummelt. Wenn ich irgendwas in der Flex- oder Bohrmaschine einschneite, mache ich es auch immer aus. Und deshalb alles dran. Ich würde jetzt mal die App und die erst mal die Fernbedienung. Wir fangen wieder an mit der Fernbedienung. Tipptipp. Bis sie piept. Tipptipp. Bis sie zuckt. Und die App startet. Ein Traum. Wieder diese Meldung. USB-Nutzung. Abbrechen. Die App hat ein Recht. Ist auch verbunden, ist es grün. Mavic 2 Enterprise. Und erkennt doch gleich, hier ist ein Speaker dran. M2E Speaker. Gucken wir uns an. Jawohl, er hat den Home-Punkt aktualisiert. Jetzt seht ihr hier eine neue Funktion, ein Mikrofon. Also man kann ja auch so auswählen zwischen der Lautstärke, die der Lautsprecher rausgeben soll, und ob ich instant was aufnehmen will oder eine lokale Audiodatei abspielen will. Ich will aber instant was gleich aufnehmen. So. Denkt daran, dass ihr diesen Lautsprecher so ein bisschen, ihr könnt den vorne neigen, dass ihr den Winkel so ein bisschen nach vorne macht. So. Okay. Also, ich fliege ganz normal los. Take off. Take off. Okay. Ich fliege jetzt auf 15 Meter Höhe, die Drohne. Man sieht das hier, 15 Meter. Ich werde jetzt hier einmal tippen und starten. Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Es ist natürlich jetzt, weil wir die Drohne als Störgeräusche haben, in meinem Handy hört das natürlich auch. Ich fliege jetzt mal ein bisschen weg. Mal ein bisschen höher. Diese sozusagen, ich fliege jetzt mal auf 30 Meter hoch. Das geht rucki zucki. 30 Meter, 20, 19 Meter weg. Jetzt nochmal. Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Bleiben Sie ruhig. Die haben den besten Kanal gewählt. Also eigentlich selbst erklärt. Man kann auch eine Musikdatei abspielen. Nein, aber man kann natürlich auch, ich höre mal, wenn jetzt eine Person in Panik ist oder, ja man kommt nicht sofort dran, man fliegt mit der Drohne und sagt, sprich bitte bleiben Sie ruhig. Können Sie, können Sie mich sehen? Können Sie mich verstehen? Dann bitte mal einen Daumen geben. Man kann mit den Leuten auch sprechen. Die geben Signale. Ein bisschen mitdenken. Und Mikrofon macht natürlich da keinen Sinn, weil das Störgeräusch von den Rotorblättern ist natürlich schon vorhanden. Man würde gar nichts verstehen. Ich höre hier schon. Bei der Aufnahme am Handy höre ich schon, dass man die Rotorblätter im Hintergrund hat. Wir machen nochmal eine Aufnahme. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Marvin ist der bestaussehendste Kameramann, den ich heute gesehen habe. Ich hatte eben außerdem die Lautstärke hier ein bisschen runtergenommen von meinem, von meinem Regler, aber macht ja nichts. Nochmal. Ich habe die besten Abonnenten. Vielen Dank. Der Feuerwehrlieferer abschließt sich jetzt. Ich habe die besten Abonnenten. Vielen Dank. Der Feuerwehrlieferer abschließt sich jetzt. Und das macht er jetzt auch wirklich. Bis denn, ihr Lieben. Tschüss. Ich werde nochmal eine Aufnahme machen, wenn wir die Vierteln vergeben. Ich werde nochmal eine Aufnahme machen, wenn ich die Vierteln vergeben. Das macht er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020